Musik Das ist der Sendy weg, der kriegt sich hier alles. Letzte Woche haben wir die Sendy-Frei-Geschäu, die haben zwei Wälder gekämpft, fünf Monate. Oh ja, Mäuschen. Aber Sie haben ja Ihre Hündin, die ist mal nicht dabei. Nee, die ist im Auto. Ich habe das kleine Schwabchen dabei. Ach nee. Das ist eine andere von mir. Das ist die Kinder. Da sind immer die Kinder ganz begeistert, wenn sie die in der Hundeschule führen dürfen. Die Kinder, die keinen Hund haben, können dann sie führen. Das ist so eine Art Happy. Und Malia macht da auch nicht. So, wir warten nur bis zum Startschuss. So, ganz schön ruhig mit dem Futter durch die Stangen führen. Zwischendurch zittert ihr mal, dem Hund richtig Gelegenheit an der Hand dran zu bleiben. Bei denen, die nicht ohne Leine bleiben, nehmt mal einfach locker die Leine mit. Hier in der Mitte durch. Das sieht so einfach aus. Ist aber für Hunde, die unsicher sind, schon eine Herausforderung, weil sie Kontakt zu etwas haben, was sie nicht kennen. Wenn sie das nicht sehen. Ein Witz. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Bei den Reifen. Bei den Reifen hier, müssen sie auch mutig sein, am besten mit der Hand direkt entgegen kommen und den Hund auf der anderen Seite abholen. Hier gehts wieder. Ihr könnt ihn reinschmeißen. Hast du das gesehen? Gut. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Wohl, ich lasse. Und beim Tunnel gucken wir mal, wer es sich traut. Und auch. Jetzt das. Da hat er schon andere Leckerchen reingeschmissen, die die Hunde sich geholt haben. Komm auf. Sehr vorfällig. Und dann auch mal der Preis. Ja, möchtest du ein? Dann ging das gleich auch hin. So. Okay. Weichen gehoben. Habe ich ihn auch eingebracht. Und er hat mir einen Zettel gelegt. Ja, ja. Die Bulgarien. Überall muss markiert werden. Ja. Bist du es etwa? Ja. Ja. Nee, nee. Da gibt es nicht. Oh, denkst du. Da ist ja noch mal. Ja. Ja. Klasse. Luka. Luka. Amy. Amy. Na, ist der Stolzschuss. Wo ist es? Ja. Nee, die Füße bleiben draußen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Schöne mal. Amy. Ja. Ja, genau. Amy. Ja, genau. Ja. Ja, schön. Amy. Hey, hey. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier haben, 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 die wir hier haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Wollen wir was nacheinander machen? Dann kann einer immer so ist. Dann haben wir einen guten Beobachter. Ihr habt gesehen, dass da früher eingeschritten wurde. Ihr habt hier gerade durch, bitte. Der muss wirklich gerade davor. Die Oschka, die krabbelst du nicht selber rein, oder das? Das ist einfach zum Besuch. Ja, genau. Ja, ne. Da reintreten ist dann wieder was anderes. Ja, lass die Maus. Nee, nee. Ja. 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 Das erste, was mir einfallen würde, wäre so ein bisschen zu genähen. Und wenn ich jetzt da in der Maske untergebracht habe, dann hätte ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig Wunder dabei. Jetzt, wir sehen. Warte, ich leise, wenn ich da verstehe. Das ist ja eine kleine Agility-Maus. Wir haben es schon mal gemacht, aber nicht von Dauern. Ja, aber das sieht schon gut aus. Jetzt einfach mit dich durch. Komm, hier. Hier. Ja, okay. Jetzt machen wir jetzt ein bisschen rein. Genau, du kannst auch ohne Leine. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das wird doch ganz gutig, ja? Das war das nachher bei dem anderen Hörwein. Hier einmal ein Hützchen. Oh, das war schön. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist ein guter Mensch, das kann man so aufgeben. Wenn wir das nicht mehr so aufgeben, dann ist das gut, wie man so aufgeben kann. Dann sind wir aber mit der Kämpfer noch nicht. Der Kämpfer noch nicht mehr. Da gibt es das Schöpfer. Und ganz rein kommen. Vielleicht. Du musst schudeln. Bleib. Du musst jetzt rein gehen. Da lieb, weil da viele sind die Frage. Ja, ja, ich mach es. Ich mach es, oder? Ich mach es schon. Ich mach es schon spaz mit dem Tudeln. Super. Mal rein machen. Ja, schön. So viel ist das jetzt auch? Ja, Gott sei Dank. Jetzt noch mal sitzen im Rhein. Ja, genau. Ich habe die Dose aufgeladen. Sie kommt durch, sie ist sofort da. Ja, super. Schön. Sie hören die Beine zusammen? Okay, das ist gut. Stell dich einfach ganz kurz an, Jenny. Ja. Da vorne. Ich kenne nur, wo keine Leute fangen. Wo ist der? Okay. Und wo ist der? Okay. Sie sind nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ja!